Hallihallo zu einer neuen Folge Unbound So Ich hab schon mal das neue nächste Ziel aktiviert eine Kute eingegeben dafür und dann ist es das letzte Rennen für diesen Tag Jetzt wird er schon wieder weg Das ist ein Drift Die Driftzone So Naja Wie findet ihr das denn jetzt eigentlich mit diesen Grafiken Ja mit diesen gezeichneten Grafiken Könnt ihr meine Kommentare schreiben Also bei online jetzt so Ziemlich so ziemlich Ja Zurückhalten Ne Weil Wahrscheinlich weil wir noch nicht zu viel Ähm Ja 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 jetzt Leistung haben und so Dann sieht man das irgendwie so Ja Macht ihn auch noch nicht zu viel Klein So Ähm Ja Ist ja egal Aber der Sound ist ja auch gut an Ich möchte mal äh ja Ähm Ähm Kopfhörer aufsetzen Kommen wir rüber rein Geht das? Ja geht Warum nicht ne? So Straßenrennen Leichtes Geld Für 2.000 Stadtgeld Und wir kriegen Wenn wir gewinnen 6.000 Und Ich bin ja nicht so Super ne? Komm wir werden nochmal wieder gehen Wir müssen nochmal ein bisschen unseren Waren umändern Aber wir brauchen auch nochmal ein bisschen mehr Leistung ne? Ich glaube wir müssen Später oder Nächstes mal ein bisschen mehr in Leistung investieren Und vielleicht mal ein kleines Design drauf machen Und dann mal sehen Wir sehen uns Wir sehen uns an der Ziellinie Für die Nächste Stufe Wollen wir da hin? Wollen wir da hin? Wollen wir mal gucken Was uns da so Erwartet Oder Ob wir den hier auf A Aufbauen und dann Ja Wir sehen uns Wir sehen uns an der Ziellinie Ist das schön dass man da ist Wir sind auch noch da Wir sehen uns an der Ziellinie Huuuuii Jupp Aber wir können doch nicht so gut durch die Oh Oh Ja Tut mir leid Weil Wie gesagt Wir ja Hornantrieb haben Weil ich glaube wir liegen glaube ich trotzdem in Lifestone An Weil Ja Du bist gar nicht übel Wir sehen uns an der Ziellinie Wir sehen uns an der Ziellinie Ähm Könnt ihr das? Gar nicht schade Wir sehen uns an der Ziellinie Nnennennennennennennennennennen Ich kann dich immer noch einholen. Aber die Ansteine, die machen doch ein bisschen und rüber das Auto. Weil gegen den wir fahren, ja, das ist ein bisschen schwer, den zu hängen. Wir haben uns immer sehr dicht auf die Fersen. Wir sind vier und dreitausend. Okay. Man könnte mehr... Ne? Oh. Okay. Wir können aber jetzt nix mehr. Und es wurde gesagt, wir sind nach Hause. Hier ist nix mehr. Hier bräuchten wir sowieso nur noch Wagen der Stufe A. Und hier auch. So, dann haben wir hier alles jetzt geschafft. Warum fahren wir denn da nach Hause? Wir müssen nur drei Plakatdinger irgendwie zerstören. Und dann kriegen wir noch mal ein bisschen Geld. Können wir nicht da hinfahren? Na ja. Okay. Gut. Wir nehmen mal das Navi. Das Navi zeigt uns ja, wo wir hinwollen wahrscheinlich. Da, wo wir hinwollen sind... Kommen wir mal... Wo wir jetzt... Plaktate finden sind. Schüttt. Ist das die Zielpizzle? Sieht aus! Nein. Das ist nicht die Zielpizzle. Jetzt finden wir ja an einen Plaktate irgendwie. Wir finden wir... Zufälligerweise finden wir sie Da haben wir doch eins Ich glaube, dann machen wir das doch mal da Das ist ja richtig So, können wir von hier auch drüber sammeln Juuuuiuiuii Kann ich doch tropen tun Wir wollen noch ein bisschen mehr In lớ Dein Ok, ich war mal ein bisschen leise und hab versucht mal ein bisschen was aufzustecken hier. Ein bisschen Stoffgel aufzupacken. Und zwei von drei zerstört. Äh, haben wir irgendwo noch was hier? Ich glaub die... Weiß ich nicht, sind das das hier? Keine Ahnung. Naja, dann ist das halt so, ne? Das sind ja irgendwie die Tiefelchen oder keine Ahnung. Ich hab mich schon da kurzer Abend doch entschieden nie lang zu fahren. Du bist... Natürlich, ich hab hier 90. Und unsere maximale Hüftgeschwindigkeit. So, und dann erst hier mit ner Hauge. Okay. So, und... Ja, möchten wir. Wir möchten nur... Okay. Zehntausend... So. Jetzt sind wir in der Nacht. Ja, das ist ja noch... Ja, das ist ja noch... Bürgermeisterin Stevenson kündigte heute im Rathaus eine Aufstockung der Mittel für die Polizei von Lakeshore an. Autos richten auf unseren Straßen pures Chaos an! Nach den gestrigen Rasereien, die die Bürger von Lakeshore gefährden, werde ich mein Motto, kein Sinn für Unsinn, in die Tat umsetzen. Verstehen Sie? Hm, Schwachsinn. Das finde ich aber auch. So, Wagen, Charakter... Wir haben gesagt, wir waren ein bisschen in meine Leistung hereinsetzen. Neu! Teile! Was heißt jetzt Teile? Nach dem Motto? Wir können auch einen Modus machen. Okay, was ist jetzt Watt? Ach, den haben wir verwendet. 347 PS ist Potential. Was ist das denn für Motor? 1,6 Liter. Grundlegend. Das 1,6 haben wir. Oh. Ne, das sind 2 Liter. Ah, da steht das. Mal mit Torulala auf. 1,6 Liter. Okay. 2,4 Liter. Okay, was haben wir hier? Okay, 2 Liter. Okay. 2 Liter Flat. Sport. 2,3 Liter. 2,8 Liter. Der hört sich auch ganz anders an dann gleich. Okay. Ja. Können wir denn wer hier Watt machen? Wir haben hier noch mal ein bisschen mehr. 3,4 Liter. 4,1 Liter. Ähm. Links. Können wir noch mehr Fäderstärken? Was macht dann das hier? wir haben schon sport verwendet ok das haben wir nicht ok ok Turbulader, wir haben keinen, und holen wir einen, ist schon, das ist schon, das macht schon, verwendet, Sport, Antrieb, wir haben nicht so obermäßig viel, das kostet, wir kaufen das hier mal, und dann haben wir noch 5, dann können wir das hier noch machen, machen wir das hier noch, verwendet, und das hier haben wir jetzt noch verwendet, nächstgeschwindigkeit, wir haben jetzt 207 Bs, okay, das können wir noch umändern, was war das hier, Lenkungsempfindlichkeit, okay, Antrieb, Abtrieb, achso, okay, ähm, achso, das war ja das hier, können wir auch nix mehr, nix mehr, nix mehr, nix mehr, nix mehr, das bringt jetzt auch nicht mehr so viel, gucken, haben wir verwendet, das haben wir auch schon verwendet, okay, gucken wir mal, äh, Style, Leistung, Style, Lackierung, Bibliothek, alle Folien, die Community ist noch irgendwie dicht, Karosserie, okay, wir machen das hier, Holzenspiegel, okay, ne, brauchen wir das, oder wollen wir das, eigentlich brauchen wir noch ein bisschen Startgeld, oder so, ne, dann würde ich sagen, lassen wir das mal, so, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Leistung, und so, würde ich mal sagen, gehen wir, Sonntagnacht rein, Belohnung, Defender, Startgeld, achso, das ist wahrscheinlich, wenn wir ganz am Ende sind, ne, hier, äh, das ist nämlich A, B, B, hier unten ist A, der, ähm, hier brauchen wir kein Startgeld, und hier brauchen wir Startgeld, Startgeld, okay, aber wir fangen mal hier an, und, ja, Garage verlassen, das machen wir nochmal, in dieser Folge, oder? Ach, oder wir beenden das, und... Okay. Diese neue Serie, bei der nackte Leute auf der Bühne um Klamotten singen müssen. Staffelfinale! Vielleicht kriegt einer von Ihnen endlich Socken! Ciao! Ciao! Und damit verabschieden wir uns auch, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis denn, tschüss!